Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Impfung. Ein mehr oder weniger aktuelles Thema ist das Thema Impfung. Auf diesem Gebiet gehen die Ansichten sehr weit auseinander. Die einen haben Angst davor, anderen fehlt das Vertrauen und wieder andere können es gar nicht erwarten, sich impfen zu lassen. Auch dieses Thema will ich differenziert behandeln. Warum haben einige Leute Angst vor Impfungen? Ist diese Angst nachvollziehbar? Im Grunde sollte man bei allen Medikamenten vorsichtig sein, bevor man diese dem eigenen Körper zuführt. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Pharmaindustrie Krankheiten und sogar Behinderungen in Kauf nimmt, nur um ihren eigenen Profit zu mehren. Kontergan in den 60er Jahren ist da das beste Beispiel. Dagegen steht, dass Impfungen schon zahlreiche Krankheiten ausgerottet haben. Ein Video zum Thema Gesundheit und Pharmazie findest du oben unter dem i. Dass bei den Vorgehensweisen der Pharmaindustrie viele Menschen das Vertrauen verlieren, ist absolut nachvollziehbar. Nicht ohne Grund ziehen einige Menschen eine Heilpraktikerbehandlung, die eines Arzt der Schulmedizin, vor. In diesem Entweder-oder sehe ich jedoch ein Problem. Beide Richtungen der Medizin, sowohl die Heilpraxis als auch die Schulmedizin, hat ihren Platz. Es sollte aber immer jeder für sich selber entscheiden können, wie er eine Behandlung auszusehen hat. Das schließt auch ein, dass niemand zu einer Impfung gezwungen werden darf. Auch nicht passiv oder durch die Hintertür. Der Impfausweis darf niemals als Eintrittskarte fungieren. In dem Sinne erachte ich die Impfpflicht gegen Masern für Kinder für unangebracht. Sowas dürfen nur die Eltern, aber niemals der Staat entscheiden. Die Frage ist in dem Sinne, ob Impfungen sinnvoll sind. Ich meine, sofern eine Krankheit keine bleibenden, schwerwiegenden oder tödlichen Auswirkungen hat, ist es gesünder für den Körper, eine Krankheit durchzustehen und somit das eigene Immunsystem zu stärken. Sinnvoll für jeden erachte ich somit den Impfdreier, der alle 10 Jahre aufzufrischen ist. Ein Schutz gegen Polio, Diphtherie und Tetanus. Was ich nicht nur für unnötig erachte, sondern sogar für schädlich, sind Impfungen gegen grippale Infekte. Grippeimpfungen haben, wenn ich mich dagegen habe impfen lassen, immer zum Ausbruch der Grippe geführt. Ohne Grippeimpfung bin ich immer gesund geblieben. Wirkstoffe wirken auf jeden Körper anders. Deshalb sollte das auch jeder für sich selbst entscheiden. So kommen wir zu dem Covid-19-Impfstoff. Wenn sich jemand in den letzten 10 Jahren jedes Jahr die Impfung gegen Grippe hat verabreichen lassen, der sollte sich unbedingt auch gegen Covid-19 impfen lassen. Impfstoffe unterstützen das Immunsystem. Eine Unterstützung ist bei vielen aber auch gleich eine Schwächung, da der Körper nicht alleine mit Infektionen fertig werden muss. Niemand will krank sein, aber manchmal ist krank doch gesünder. Einer kanadischen Studie zufolge sind die schwersten Krankheitsverläufe bei denen, die in den letzten 10 Jahren durchgehend gegen Grippe geimpft wurden. Wer sich in den letzten Jahren nicht hat gegen Grippe impfen lassen, dessen Immunsystem sollte auch im Falle einer Infektion nur einen schwachen Verlauf haben oder gar symptomfrei bleiben. Impfungen gänzlich abzulehnen hingegen kann problematisch werden oder sogar Nachteile mit sich bringen. Es gibt Länder, wenn man diese bereisen will, dann muss eine Impfung nachgewiesen werden. Wer reisen will, muss sich selbstverständlich an die Gesetze des Ziellandes halten. Wenn durch Zecken eine Form Malaria in einem Land übertragen werden kann, ist es vernünftig, auch ohne Einreiseimpfpflicht, sich entsprechend zu schützen, bevor man sich etwas Schwerwiegendes einfängt und sich nicht schützen will, besser auf die Reise verzichten. Grundsätzlich sind Impfpflichten durch den Staat abzulehnen. Dagegen ist auch entschieden, fortzugehen. Hier ist die Unverletzlichkeit des Körpers schwerwiegender als irgendwelche Impfverordnungen. Das heißt nicht, dass der Staat nicht eine Empfehlung aussprechen kann. Die Entscheidung hat aber am Ende jeder für sich und Eltern für ihre Kinder zu treffen. Ob und unter welchen Umständen eine Impfung gewollt ist, darf in einer Patientenverfügung nicht fehlen. Ein Video zur Patientenverfügung findest du oben unter dem i. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.